Ja, ein herzliches Willkommen aus der Sendezentrum Assembly bzw. der Sendezentrum Bühne. Mein Name ist Simon aus Nürnberg und ich werde heute die Ehre haben, den ersten Talk zu halten hier auf dem RC3. Wir haben ein buntes Programm mit Podcasts und mit Vorträgen. Meiner ist der erste. Ich werde über das Thema Podcasting und wie man es mit einem Leitfaden lernen kann sprechen. Dazu gleich mehr. Ich würde euch ganz kurz erzählen, wie ich zu dem Thema Podcasting gekommen bin, was ich da tue aktuell und warum ich an so einem Leitfaden am Schreiben bin. Ich bin beruflich in dem Thema Wissensmanagement aktiv. Da geht es darum, in Unternehmen zu schauen, wie Wissen, was an einer Stelle da ist, an eine andere Stelle fließen kann, aber auch Wissen zu bewahren, wenn Mitarbeitende das Unternehmen verlassen oder in Projekte enden. Und da stellt man eben fest, klar, man kann viel aufschreiben, man kann viel dokumentieren im Text, aber manche Sachen, gerade wenn es emotional wird, an so Projektende zum Beispiel, da ist es vielleicht gar nicht schlecht, die Stimmen der Leute zu hören. Also die Audiospuren zu haben, manchmal auch Video zu haben. Oft denkt man in Organisationen eher erst mal an Video. Und Audio führt zu Nischendasein. Wir haben aber gelernt, dass gerade in Audio da ein Riesenpotenzial steckt. Und da muss ich sozusagen in meinem beruflichen Alltag vielen Leuten erklären, wie das Podcasting geht. Auch wenn man sowas in so einem Unternehmensnetzwerk machen kann, wo ja oft so schöne Infrastrukturen, wie wir die hier haben, nicht vorliegen. Es gibt auch noch einen anderen Talk. Stimme in Konzerne hacken auf media.ccc.de mit der Pube zusammen. Also wer der reinschauen mag, kleiner Videotipp noch. Genau, ansonsten privat bin ich im Sendegate. Das ist ja die Podcasting-Community, sendegate.de. Wer sich da interessiert, kann da mal reinschauen als eine der sogenannten Podcast-Partnern aktiv. Das sind Menschen, die einfach anderen helfen, die einen Podcast starten wollen, den Podcast zu starten. Da schlagen Leute auf, auf Veranstaltungen wie der Subscribe oder dem Kongress oder auch der Republika. Die einen haben technische Fragen, die anderen wissen nicht, wie sie ans Format rangehen sollen oder suchen noch Leute, die mitpodcasten oder wissen nicht, mit welcher Software sie das machen. Da sind die Patinnen die Leute, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das heißt quasi, dass ich an vielen Stellen irgendwie damit zu tun habe, anderen zu erklären, was dieses Podcasting ist und auch so bei den ersten Schritten zu helfen. Und da ist natürlich gut, wenn man nicht immer wieder das Gleiche erzählen muss, sondern auf irgendwas zurückgreifen kann, Material zurückgreifen kann, was man Leuten in die Hand drücken kann. Und so ist es quasi zu diesem Leitfaden gekommen, den ich euch jetzt heute mal so ein bisschen vorstellen mag, was da so in den letzten Jahren passiert ist, was die Ausgangsquellen waren und wie man den jetzt schon verwenden kann und natürlich, wer Lust hat, wie man auch mitmachen kann, den Leitfaden zu verbessern und anzureichern. Vielleicht noch als Hinweis, es gibt ja zu all den Talks einen Chat. Ihr könnt entweder über den ihr C-Chat, das ist der Kanal RC3-Sendezentrum, Fragen posten. Ihr könnt es auch über den Public Rocket Chat machen. Dort gibt es den Kanal Sendezentrum. Und wir haben sogar am Ende, wie es für Podcaster üblich ist, eine Telefoneinwahl geschaltet. Also am Ende könnt ihr auch, so ähnlich wie man das vom Saalmikrofon kennen, eure Fragen live per Dial-in machen. Da wird dann später die Telefonnummer noch eingeblendet beziehungsweise im Chat gepostet. Da haben wir so die letzte Viertelstunde, um Fragen zu beantworten. Ja, warum eigentlich Podcasting für alle? Warum macht das Sinn? Ich habe mal unten ganz frei nach Precht zitiert. Es gibt ganz viele Leute, die ihr Wissen teilen wollen und vielleicht auf der Suche nach einer Zielgruppe sind. Ich denke an den Freifunk-Vortrag gestern, so das ganze Know-how über Netzwerke zum Beispiel. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die zu Themen Wissen suchen und Erfahrungen suchen. Klar, kann man googeln, findet man viel im Internet. Manchmal ist es aber gar nicht schlecht, wenn man vielleicht zu einem Thema auch mal jemand hat, der in einer Stunde oder zwei das ganz ausführlich erklärt und nahe bringt. Und so gesehen glaube ich ganz fest daran, dass Podcasting, man sagt ja heute, das ist noch so sehr in der Nische, besonders solche Knowledge-Podcasts, dass da noch ganz viel Potenzial drin steckt, was es zu heben gilt. Und da will ich nach Möglichkeit irgendwie mit so einem Leitfaden mitwirken. Was will ich euch heute erzählen? Ich würde ganz kurz was dazu sagen, warum vor dem Podcasting so ein LernOS steht. Der Leitfaden ist eingereiht in so eine größere Kollektion von anderen Leitfäden, die wir produzieren. Ich würde ein bisschen sprechen über die Geschichte des Leitfadens. Also wie ist es dazu gekommen? Da gibt es ganz viele Ursprungsquellen, aus denen ich mich da bedient habe, als ich den geschrieben habe. Ich will euch natürlich auch ein paar Beispiele aus dem Inhalt zeigen und auch noch den Ansatz zeigen. Wir haben es mal genannt Content as Code. Also obwohl Leitfaden, man könnte den ja einfach als Google Doc oder Word Dokument oder so schreiben. Das wollen wir nicht. Wir schreiben den in Markdown und verwalten den auch auf GitHub und produzieren dann ganz viele Formate daraus. Also wir sehen eigentlich den Content wie Code, wie so ein kleines Softwareprojekt. Genau, vielleicht ganz kurz zu LernOS. Das ist ein System, in Anführungszeichen, das ist keine Software, wir nennen das Brainware. Also eine Sammlung von so Anleitungen, von Methoden, Tools und Werkzeugen, die man eben brauchen kann, um mit Wissen umzugehen, um Wissen zu teilen, um Wissen zu generieren, um Wissen zu bewahren. Und das sehen wir so in diesem größeren Kontext des lebenslangen Lernens. Also an ganz vielen Stellen spricht man davon, dass man, egal jetzt ob beruflich oder privat, sozusagen der Erfolg davon abhängig ist, wie schnell man lernt und wie gut der Zugang zum Wissen ist. Und da wollen wir eben mit diesen Leitfäden unterstützen. Der Name kommt aus dem Esperanto. Mich fragen oft welche, ob da nicht vorne auch noch ein A drin sein muss, also LearnOS. Nee, kommt aus dem Esperanto. Bin ich mal über einen Esperanto-Podcast drüber gestolpert. Da heißt Lernosch ist so die Zukunftsform von Lernen. Also heißt, ich oder wir werden lernen. Und das große OS soll so ein bisschen auf die Bedeutung der Digitalisierung in der Wissensgesellschaft hinweisen. Also so wie ihr das vielleicht von CentOS oder macOS oder iOS oder so kennt. Genau, die Leitfäden selber. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin beruflich in dem Thema unterwegs. Wir haben angefangen quasi unsere ganzen Inhalte, die wir so in der Praxis, tägliche Projektpraxis verwenden, eben auf GitHub zu veröffentlichen. Das ist so ein Ansatz, nennt man Open Educational Resource. Also dass das einfach eine Bildungsressource ist, die nicht nur wir verwenden, sondern jeder andere auch verwenden kann, gerne auch weiterführen kann. Deswegen sind die ganzen Quellen auch offen. Auch die Bilder, sie liegen alle im Quellformat vor. Also nicht nur PNGs, sondern auch SVGs. Da könnt ihr im Prinzip, habe ich hinten in der Folie auch die Links dann zu den GitHub-Repos. Da könnt ihr euch gerne bedienen. Da sage ich auch später noch was dazu. Genau, die sind alle unter der Creative Commons CC BY 4.0 Lizenz. Ja, also ein paar Gedanken vorneweg zur Geschichte des Leitfadens. Ich habe in meiner Tätigkeit als Podcast-Pate aber auch beruflich gemerkt, das macht Sinn, wenn man so ein paar Basis-Dokumente hat, die man jemand, der so ganz neu einsteigt, mal in die Hand drücken kann. Eins davon war vom Tim Pridlaw ein Dokument, was er mal für PB21 geschrieben hat, fürs Einsteigen ins Podcasting. Das kann ich auch hier mal gerade aufmachen und mal zeigen. Das war so ein recht schönes PDF, recht übersichtlich, war getitelt mit, Moment, ist ein runter, Podcasting für Einsteiger. Und da waren ganz viele Themen schon drin, angefangen bei Mikrofongrundlagen, Kopfhörer und Headsets, womit viele straucheln am Anfang. Jetzt auch in der Pandemie gemerkt, wie viele Leute sich da jetzt erst mal das Know-how drauf schaffen mussten, wie funktioniert das mit diesem ganzen Audio-Equipment. Dann aber auch die Planung, die Produktion, also das Format. Also da war ganz viel, ganz viel schon drin gesteckt. Das PDF habe ich gern verwendet. Nur wie das oft mit PDF so ist, man will was dazu schreiben vielleicht. Das ist dann schwierig. Und das Zweite, das ist vielleicht noch schwieriger, das zeige ich euch mal hier auf dem hinteren Link. Den Inhalt, den gab es natürlich in der Bundeszentrale Politische Bildung. Irgendwann sind die mal umgezogen. Und man sieht dann hier unten, da ist zwar der Link noch da auf das PDF, steht auch dabei, dass es Creative Commons Lizenz ist. Aber das Dokument ist nicht mehr da. Wenn ich hier auf das PDF klicke, dann landet man auf so einer Einstiegsseite sozusagen, wo aber nirgendwo das PDF mehr zu finden ist. Also das war auf einmal dann weg, konnte ich nicht mehr verwenden. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich denn da jetzt rangehen, um das zu bewahren. Ich hatte es mir natürlich runtergeladen, hatte das Dokument noch. Der erste Schritt war das, in ein sogenanntes Wikibook zu übernehmen. Wikibook ist ein, also Wikibooks ist ein Schwesterprojekt von der Wikipedia. www.wikibooks.org ist da die Einstiegsseite. Und also die Idee, dass Menschen mit dem Content aus der Wikipedia ihre eigenen Bücher schreiben können. Da gibt es Reiseführer, Programmierrichtlinien oder Leitfäden auch dazu. Und das war so mein erster Ansatz. Ich bin rangegangen 2017, habe eigentlich im Kern, steht hier oben drin, erster Schritt, nehme ich den Artikel vom Tim und überführe den quasi hier in den Wikibook. Das heißt, wer Wikipedia kennt, da schreibt man in dieser Wiki-Syntax. Und hier ist eigentlich die ganze Inhalte, die der Leitfaden oder das PDF-Dokument von Tim hatte, einfach überführt ins Wikibook. Ich hatte gehofft, dass sich da dann auch Leute finden, die sagen, ah, da sind ja Sachen nicht mehr ganz aktuell, müssen wir irgendwie aktualisieren. Das ist aber leider nicht so richtig passiert. Zum Teil, ja, wie es so oft ist, Leute haben keine Zeit, aber auch diese Wiki-Syntax. Damals musste man noch mit eckigen Klammern schreiben und konnte dann noch nicht mit so einem schönen Visivik-Editor schreiben, wie das heute ist. Also das hat auch viele irgendwie abgehalten, dann da was beizutragen. Das heißt, ich habe gar nicht mehr reingeschaut. Meines Wissens nach gab es da weniger als eine Handvoll Editierungen auf diesem Wikibook. Na, deswegen habe ich mich im Oktober dann mal drangesetzt, auch 2017. Wir haben aus der Podcasting-Community vor Pandemie-Zeiten immer desubscribed gehabt. Das war so eine Mischung aus Konferenz und Barcamp zum Podcasting. Parallel gibt es auch wie so ein Hackcenter, ein Kongress, so ein Ort, wo man auch sitzen kann und arbeiten kann. Ich habe mich quasi dran gemacht, dieses Wikibook mal zu überführen in dieses Format der LernOS-Leitfäden. Das sind auch hier in der Präsentation, ich poste dann gleich den Link zur Präsentation noch die Links drin. Da seht ihr jetzt mal hier so ein GitHub-Repo. Da sind im Wesentlichen die einzelnen Sprachversionen. Wenn es die Leitfäden in mehreren Sprachen gibt, liegen dann hier auch direkt die Dateien drin, die PDFs und so weiter. Und man sieht eben hier so ein Quellverzeichnis. Dort liegen die einzelnen Kapitel des Leitfadens als Markdown-Dateien. Da zeige ich auch nachher noch so ein bisschen, wie wir damit umgehen und wie aus dem Markdown sozusagen die Zielformate dann werden am Ende. Also das habe ich da an dem Wochenende in München gemacht. Dann haben wir auch in München, das war ganz spannend, das erste Mal von Marco so eine schöne Sketchnote gehabt. Die nannte sich Podcast in a Nutshell. Die will ich euch auch mal zeigen. Die sieht man hier im Sendegate gibt es einen schönen Post. Und das war so eine so eine ganz lange, ganz lange Sketchnote. Das ist eine ganz lange Grafik, wo sozusagen sehr viele Podcasting-Aspekte hintereinander weg in einer Sketchnote sind. Vom Mikrofon, Mikrofon-Charakteristiken, Formate, Equipment, was brauche ich? Und jetzt fragt man sich vielleicht, was macht man mit einem so einer ganz langen Grafik? Die kann man ja nirgendwo aufhängen. Das sieht man hier unten, glaube ich, irgendwo an den Kommentaren. Ne, Moment. War das sogar hier unten dran? Hier sieht man es. In München waren wir beim Bayerischen Rundfunk mit der Subscribe. Da hat man die einfach ausgedruckt auf so A3, alle auseinander geschnitten. Dann hingen die so an der Wand hintereinander weg. Und die Podcast-Partner und Partinnen konnten das quasi nutzen, um Leuten, die neu dabei waren, genau dann zu dem jeweiligen Aspekt der Sketchnote zu bringen und dort eben zu zeigen, was es mit den Formaten auf sich hat oder mit den Mikrofonen oder so. Und im Kern habe ich eigentlich nichts anderes gemacht. Glücklicherweise war auch die Sketchnote unter Creative Commons CCBY-Lizenz. Also die konnte ich im Leitfaden weiterverwenden. Ich habe einfach geguckt, wo passt es so zu den Grundinhalten, die in Tims Dokument schon drin waren und habe quasi angefangen, die zu zerschneiden, da Teile rauszuschneiden und die entsprechend einzufügen. Habt ihr vielleicht gerade in dem Screenshare von dem Wikibook-Dokument auch gesehen. Genau. Und dann Dezember 2019 auf dem 36C3, das Sendezentrum noch in der Kohlenstoffwelt. Da habe ich daran gebastelt, einen sogenannten Podcasting Canvas noch mit aufzunehmen. Ich weiß nicht, wem das bekannt ist. Gibt es so für Geschäftsmodellgestaltung von dem Alex Osterwalder, so ein Canvas. Also ein Canvas ist eigentlich als Grundidee, ich sage immer so eine Art visuelle Checkliste. Die zeigt mir irgendwie auf einen Blick, an welche Dinge muss ich denn denken, wenn ich irgendwas tue. Das kann ich machen, um einen Geschäftsplan zu erstellen. Das kann ich aber auch machen, um meinen Podcast zu planen. Und ich habe so in der Praxis gemerkt, dass das für Leute sehr einfach ist, wenn sie so ein Ding nehmen, sich vielleicht groß ausdrucken und dann da mit Post-its drauf arbeiten können. Oder jetzt auch in der Pandemiezeit, schmeißt man das auf irgendein Whiteboard-Tool und kann da eben mitarbeiten und kann da so sehr flexibel am eigenen Podcast-Konzept erst mal arbeiten. Und wie man da so sieht, wir haben einen da halt so Fragen gestellt. Warum will ich überhaupt einen Podcast machen? Wer sind so potenzielle Zuhörer, Zuhörerinnen? Wer sind Zielgruppen? Wer ist der Host und die Gäste? Wo mache ich das Bot-Hosting? Also all die Fragen, die theoretisch in dem Leitfaden vorkommen, die stecken auch hier in dem Canvas drin. Der kam eben 2019 dazu und dann, ja, letztes Jahr, erst der RC3, da habe ich nicht viel dran arbeiten können, weil wir da das Sendezentrum ja recht neu aufgebaut haben und da hatte ich nicht viel Zeit einfach übrig. Merke jetzt aber, dass ich irgendwie wieder Lust habe, an den Inhalten weiterzuarbeiten. Und wie gesagt, da hätte ich Interesse, wenn sich da Leute finden, die da mitmachen wollen, dass ihr einfach auf mich zukommt. Jetzt zeige ich aber auch noch so ein bisschen, wie die, was da so drin ist. Also so ein paar Beispiele einfach mal, was wir ergänzt haben. Was jetzt zum Beispiel nicht in Tims Dokument war, war mal so ein Standard-Workflow, wie so ein Podcasting eigentlich abläuft. Weil viele denken so, sprechen sofort über Mikrofone und wie sie es aufnehmen, wie sie es schneiden. Aber so dieser ganze End-to-End-Prozess ist, glaube ich, wichtig, dass man das Neulingen auch beibringt. Also zu sagen, wie läuft eigentlich so eine Planung und eine Abstimmung? Wie einigt man sich auf Themen? Wie spricht man darüber, welche Themen nicht erfolgen? Hat man irgendwie ein Wiki, in dem man die Themen sammelt? Oder Tools wie Workflowy. Also da gibt es eine große Bandbreite, wie man sozusagen im Vorfeld die Planung machen kann. Dann eben auch das Aufnehmen und das Streamen. Sitzt man lokal zusammen, sieht es wieder ganz anders aus, als wenn ich remote bin. Oder auch so ein gemischter Modus. Manche sind lokal, manche sind remote. Was brauche ich da für Hardware? Reicht mir ein einfacher Audio-Rekorder? Brauche ich ein Audio-Interface? Mit welchen Diensten arbeite ich? Mache ich es mit lokaler Software? Software in der Cloud? Also auch da gibt es viel Erfahrung, was geht und was nicht geht. Dann der nächste Schritt, wenn die Aufnahme oder das Rohmaterial im Kasten ist. Wie bearbeite ich es? Also schneide ich es? Was sind so die Schnittstrategien? Kürzlich nur vorne und hinten. Will ich irgendwie jedes M ausbügeln aus dem Podcast? Woran da natürlich auch hängt, wie viel Zeit brauche ich dafür, um nachzubearbeiten? Dann entsprechendes Rendern oder Exportieren. Also aus dem Rohmaterial dann auch die finalen MP3, M4a, Ock-Dateien zu erzeugen. Dann das Hochladen und Beschreiben, also irgendwo auf dem Pod-Hosting-Service die Datei dann hochladen. Shownotes erstellen, mittlerweile sogar auch Transkripte. FÜT hat auch Christian vor zwei Tagen mir noch erzählt. Importiert mittlerweile auch die Transkripte, sodass ich in so Podcast-Suchmaschinen dann eben auch nach Inhalten suchen kann zum Beispiel. Und was gerade die Neulinge oft vergessen, ist eben hinten der letzte Schritt. Man denkt dann so, jetzt hast du meinen Podcast ins Internet gestellt. Wann habe ich da die großen Abrufzahlen wie Jan Böhmermann und Co.? Das passiert dann oft nicht. Also auch so das Veröffentlichen, aber auch Kommunizieren, drüber sprechen, Mund-zu-Mund-Propaganda machen, damit Leute den Podcast auch kennenlernen. Das steckt eben jetzt in diesem Workflow drin. Ich klicke mal hier drauf, dann sehen wir das entsprechend in dem Leitfaden. Dann könnt ihr euch das mal ein bisschen vorstellen. Also das ist so ein Kapitel eben zum Workflow. Das, was ich jetzt gerade so beschrieben habe, so als Übersicht erst mal beschrieben, Einstiegspunkte, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Aufgabe, den Leitfaden da auszubauen und zu sagen, da muss eigentlich überall ein vollwertiges Kapitel dahinter mit Tipps und Tricks und Do's und Don'ts und Tools-Sammlungen, was kann ich so für Planung und Abstimmung verwenden. Also da ist ja viel mehr Know-how in den Köpfen der Podcast-Partner und Partinnen, als da schon in dem Leitfaden drin ist. Genau, anderes Beispiel, das kommt jetzt aus der Sketchnote von Marco. So diese typischen Fragestellungen, jetzt habe ich was aufgenommen, aber der Ton ist irgendwie nicht gut, was kann ich denn da machen? Da war halt so ein Teil drin, da steht im Wesentlichen erst mal oben drin, Shit in, Shit out. Also wenn du viel Störgeräusche in deine Aufnahme reinbringst, gibt es wahrscheinlich keinen Weg, die irgendwie sinnvoll wieder rauszubringen mit wenigen Ausnahmen. Klar gibt es Tools auch dafür, wenn man so ein sehr einförmiges Brummen hat oder so, aber im Kern sollte die Strategie schon sein, die Störgeräusche gar nicht mit aufzunehmen. Und das ist eben so eine Infografik, die da mal zeigt, was es da alles gibt, von Hall über verschiedene glatte Flächen, übersprechenden Mikrofonen, Tippgeräusche. Also wenn ich die Tasse vom Kaffee irgendwie auf den Tisch stelle und das drauf habe oder auch das Fenster offen habe und ein Krankenwagen fährt vorbei. Bis hin zu, der Raum ist einfach hallig, weil ich viele glatte Wände habe oder Scheiben und ich muss eben gucken, dass ich in dem Fall jetzt mit Basotec oder anderen Dämmaterial in den Raum erst mal trockener bekomme, so dass ich den Hall eben nicht mehr in die Aufnahme reinbekomme. Also das ist so ein Beispiel, den Canvas, den hatte ich euch schon gezeigt, der ist da drin. Und da würde ich mal, Moment, ich springe mal nochmal in den Leitfaden rein, damit ihr so seht, wie der so hier innen drin aufgebaut ist. Also was man jetzt hier sieht, ist die Web-Version. Das ist eigentlich immer so aufgebaut, dass man sagt, man hat hier so ein Grundlagenkapitel. In den Grundlagen sind eben die Überblickspunkte, über die es zu wissen gilt. So hat es jetzt hier angefangen beim Canvas und dem Workflow, den ich gezeigt hatte, die Formate, bin ich ein Solo-Podcast, bin ich ein Gesprächspodcast, bin ich ein Interview-Podcast, solche Sachen. Dann auch die Hardware, was brauche ich dafür. Das ist alles, sieht man noch nicht mit Unterkapitel versehen. Also da gibt es überall in jeder Kategorie, gibt es so die Top 2, 3 Sachen, wo man sagt, was weiß ich, Audio-Rekorder, wenn ich anfange, so ein Zoom H6 ist irgendwie das Schweizer Taschenmesser. So was könnte da alles als Information noch rein. Das gleiche bei der Software, da habe ich jetzt auch mal versucht, das ist auch neu, da war natürlich Tims Dokument noch auf einem Stand von 2012 oder 2013, glaube ich, war das geschrieben. Wo es zum Beispiel so etwas wie Reaper und Ultraschall als Kombination noch gar nicht gab. Das Ultraschall-Projekt, was auf die DAW Reaper obendrauf eine schicke Oberfläche setzt und das für Podcasting tauglich macht von Ralf und Team. Das war da natürlich noch nicht drin und da ist natürlich die Idee, dass man so etwas dann auch in dem Leitfaden hier drin hat und auch noch ausbaut. Man sieht schon, das ist noch sehr dünn, was da an Inhalt steht. Da gibt es Tutorials, die sind zumindest schon mal verlinkt, dass der Link da ist. Es gibt auch morgen um 17 Uhr im Sendezentrum einen Workshop dazu, weil da auch so ein Handbuch entstehen soll zu Reaper und Ultraschall. Aber wie gesagt, da kann man überall noch tiefer, noch tiefer reingehen. Auch Studiolink, zum Beispiel die Kombi, über die ich jetzt gerade zu euch spreche, der Ton geht über Reaper-Ultraschall und ich bin per Studiolink eingewählt. Aber auch solche Aspekte, wie kann ich jetzt eigentlich Podcasting-Setups verwenden, um in so einer Konferenz wie RC3 Audio zu übertragen und mit Video zusammen zu mischen und dann Richtung VOG zu schicken. Das sind durchaus auch so kurze Hinweise und Links zu Beschreibungen, die wir da noch einbringen können. Da springe ich wieder zurück. Genau, und erzähle noch ein bisschen was zu den verschiedenen Versionen. Also, ich hatte ja gesagt, wir haben das in so ein Format überführt, wo die Quelldateien alle in Markdown vorliegen. Das machen wir deswegen, um eben auf der einen Seite so eine schöne Web-Version, ein responsives Web-Interface zu erzeugen. Wie ich euch das gerade gezeigt habe, das läuft über mk-docs, ist auch komplett automatisiert. Wir haben immer noch Leute, die sagen, ah, sowas hätte ich ganz gern ausgedruckt irgendwo liegen. Auch wenn man jetzt an so ein Coda-Dojo denkt oder so eine Assembly, da macht es natürlich Sinn, wenn man so ein paar Sachen einfach auf den Tisch legt, weil die Leute anfangen da drin zu blättern und sich interessieren, wie so eine Zeitschrift im Friseur. Aber auch für Annotationen verwenden das viele, weil sie es in einem PDF-Reader haben, auf dem Rechner oder auf dem Tablet oder so und dann da mit dem Stift reinschreiben, sich Notizen machen. Das wird über Pandoc und Tech erzeugt. Das gleiche für Word, wenn jetzt jemand was anpassen will, also da gibt es einfach ein Word- oder Open-Document-Format, wo man sagt, da kann ich das eben dann auch bearbeiten. Wer sich jetzt nicht in diese ganze Markdown-Geschichte reinarbeiten will, genauso macht man eine HTML-Version. Das ist einfach hohes HTML, der ganze Leitfaden einmal runter, damit man leicht solche Inhalte dann in Wikis importieren kann oder in Intranets importieren kann. Also alles, was HTML per Copy-Paste versteht und auch eine E-Book-Version, für die, die auf Kindle unterwegs sind oder Mobi Reader oder wie auch immer, erzeugt man Mobi und EPUB als E-Book-Formate. Auch wenn es neue Leitfäden gibt, ich habe die eigentlich immer bei mir im Kindle und mache dann da drin Annotationen, weil man da einfach schön auch draußen im Freien bei Sonnenschein gut lesen kann. Und in der Fußzeile habe ich mal noch eingeschrieben, gibt es ein paar Ideen für die Zukunft, woran wir basteln. Wir haben mal so versucht mit Balbolka Audiobook-Versionen zu machen, also wo man einfach die Textvariante nimmt und da MP3 draus macht, um sich das anzuhören. Da werden wir im nächsten Jahr noch ein bisschen dran experimentieren. Gerade im Organisationsumfeld nutzen viele als so persönlicher Memex oder Notizbuch OneNote. Merkt man auch, dass das in vielen Schulungen und Trainings öfter zum Einsatz kommt, also Folienformate. Da wollen wir mal schauen, ob man nicht auch so eine OneNote-Version erzeugen können. Das ist ein bisschen hakelig, weil Microsoft da eine sehr eigene Art hat, dieses Format zu spezifizieren. Das ist irgendwie so eine ZIP-Datei mit einer XML-Unterstruktur. Und da drin sind dann wieder HTML-Snippets. Also wer sich da auskennt und vielleicht Lust hat, sich in sowas mal rein zu priemeln, gerne melden. Das würde man gerne im nächsten Jahr machen. Dann haben wir angefangen mit automatischer Übersetzung. Also in der Produktionskette, wo quasi die Zielformate entstehen, die einzelnen Markdowns mal auf die DeepL API zu schmeißen und quasi übersetzte Versionen zurückzubekommen. Die freie Version von DeepL erlaubt, glaube ich, die Übersetzung von 500.000 Zeichen pro Monat. Damit könnte man so 10 bis 15 Zielsprachen generieren. Dann hat man den Leitfaden auch in Englisch oder Spanisch oder Französisch oder Russisch oder was auch immer. Also da werden wir experimentieren im nächsten Jahr. Wir werden so ein paar weitere Quellen einbauen. Wir hatten auch im Rahmen der Podcast-Partnern zum Beispiel mal so 24 Tipps zum Podcasten gemacht, die das Podhörnchen allen nahegebracht hat. Das ist das, was ihr bei uns auf der Map im Sendezentrum auch seht. Da stelle ich auch fest, dass ganz viele Leute, die jetzt im Sendezentrum aufschlagen oder mit so Fragen aufschlagen, die kennen diese Tippsammlung gar nicht. Und da wäre die Idee, zumindest mal den Link aufzugreifen im Leitfaden, vielleicht auch so den einen oder anderen Inhalt mit aufzunehmen. Genau, und letzter Punkt. Ich habe vielleicht das im Titel gesehen. Der Untertitel vom Leitfaden ist schon Wissenteilen mit Podcasts und Vlogs. Podcasts sind ja, bevor Steve Jobs die so genannt hat, hießen die ja mal Audioblogs, weil es einfach ein Blog mit dem RSS-Feed und angehängten Mediendatei ist. Podcasts sind halt einfach Blogs, wo eine Audiodatei, also MP3 oder sowas, dranhängt. Ein Videoblog wäre dann quasi sowas, gleiche Geschichte, aber es hängt halt eine MP4-Datei letztendlich dran. Das heißt, wenn jemand so in Richtung Podcasting denkt und sich überlegt, das sind Sachen, die ich visuell darstellen möchte, dann kann man natürlich mittlerweile auch bei Kapitelmarkenbildern hinzufügen. Lage der Nation Podcast hat das zum Beispiel. Wenn man da über Afghanistan spricht und man weiß nicht genau, wo die Stadt ist, hat man da eine Karte eingeblendet, wo man dann eben kurz sieht, wo das überhaupt ist. Aber manchmal muss man halt auch was im Video zeigen oder was vorführen. Deswegen wollen wir da auch so einen Lernpfad reinnehmen, weil der Grundworkflow ja eigentlich sehr ähnlich ist in Video und Audio, wo man dann eben auch Software und Besonderheiten jetzt des Workflows beim Vlogging oder Videoblogging vorgestellt bekommt. Aber das ist Zukunftsmusik, das wird wahrscheinlich nicht nächstes Jahr passieren, eher übernächstes. Genau, hier habe ich nochmal reingenommen, diese Produktionskette. Also wir haben im Prinzip GitHub-Repos für alle Leitfäden. Die Teams, die da dran arbeiten, nutzen GitHub Desktop, um das bei sich auf den Rechner zu bringen. Wahrscheinlich für die meisten, die hier zuhören, die denken sich jetzt so, das ist ein ganz normaler Arbeitsalltag. Wir haben ganz viel mit Leuten zu tun, für die ist schon mit Markdown zu schreiben und nicht mit Word oder mit einem anderen Visivik-Editor ein großer Schritt. Und dann auch noch verteilt an GitHub-Repositories zu arbeiten, noch größerer. Also deswegen haben wir solche Grafiken, um Leuten auch so zu verdeutlichen, wie sind eigentlich die einzelnen Schritte und warum braucht man die Schritte so, wie sie da sind. Dann hat man die Markdown-Files quasi lokal auf dem Rechner. In dem Repo sind Make-Dateien. Auch das gehört nicht zum Arbeitsalltag der Leute, die in Leitfaden-Teams arbeiten. Es gibt zwei Varianten. Einmal für Windows, was die überwiegende Mehrheit ist, die dann ebenso Batch-Dateien haben. Und eine Shell-Skript-Version für Mac und Linux. Also geht auf allen drei Plattformen. Auch da sind viele in Leitfaden-Teams, sehen da das allererste Mal eine Kommandozeile in ihrem Leben. Und scheitern dann zum Beispiel daran, dass man auf ihrem Firmenrechner kein Tech installieren kann oder kein Pandoc installieren kann. Und es ist aber so ein bisschen unsere Hidden Agenda, so Leute da eben auch tiefer in die Digitalisierung eintauchen zu lassen. Und sich damit eben auseinanderzusetzen, warum das bei Ihnen nicht geht, das vielleicht auf Ihrem privaten Rechner dann zu machen. Und sich da eben mit Software, Open Source und Quellen und diesem Content-as-Code-Ansatz auseinanderzusetzen. Dann so die Zentrale ist Pandoc. Pandoc ist so ein Text-Konverter, der quasi von, nach sehr vielen Zielformaten konvertieren kann. Damit erzeugen wir quasi so Versionen wie Word, HTML, PDF, EPUB. Für PDF braucht man dann noch irgendeine Tech-Version, Mic-Tech auf dem Mac zum Beispiel. Und damit die E-Books auch schöne Titelbilder haben. Und weil Pandoc blöderweise nicht das Mobi-Format generieren kann, was man für die Kindles braucht, haben wir da eben noch Calibre und Image-Magic. Image-Magic, um die Grafik der Titelseite aus dem PDF zu holen und in die E-Books einzufilmen. Und Calibre, um dann die Konversierung zu machen von EPUB nach Mobi. Genau, und der andere Zweig hier für die Web-Version, das läuft über MkDocs mit dem Material for MkDocs-Theme. Das kennen ja bestimmt auch alle. Da generiert dann einfach so eine schicke Web-Version. Hatte ich vorhin beim Ausblick nicht dazu gesagt. Einige Leitfäden haben das schon, der Podcasting noch nicht. Man kann da unten drunter an jeder Seite auch automatisch ein Diskussions- oder Kommentarsystem generieren. Das geht über so einen Dienst, Discars heißt der. Und dann hat man quasi die Möglichkeit, an jedem Kapitel des Leitfadens auch zu kommentieren. Zu sagen, was ich da zu Ultraschall geschrieben habe, ist nett. Aber hier gibt es noch einen PDF oder hier gibt es noch eine Quelle mit viel besserem Inhalt. Das ist dann ein Vorteil für die Nutzerinnen, die dann eben aktuelle Informationen haben. Wir können aber auch die Leitfadenteams reinschauen und können dann letztendlich die Links und Informationen zur Verbesserung von zukünftigen Versionen aufnehmen. Genau. So, jetzt habe ich viel erzählt. Jetzt können wir gleich schauen, was ihr noch für Fragen habt. Von meiner Seite aus vielleicht der Aufruf zu sagen, schaut euch das mal an. Überlegt mal, ob ihr nicht ein Thema habt, was es mit der Welt zu teilen gilt, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Und ob vielleicht Podcasting ein Medium dazu sein könnte. Also schaut in den Leitfaden mal rein. Geht in das Sendegate. Wenn ihr noch mehr Fragen haben wollt, verletzt euch da mit Leuten. Sendegate ist quasi die Community. Das sind ein paar tausend Leute, die sich eben rund um das Thema Podcasting kümmern. Da gibt es eigentlich fast kein Thema, was noch nicht besprochen ist. Von Headsets für die Videokonferenz bis zu komplexen Fragestellungen und manchmal auch so Marktplatzthemen, wo man dann Equipment bekommt oder sich auch mal ausleihen kann. Und vielleicht noch ein Hinweis. Wer auf dem 36C3 im Sendezentrum war, hat vielleicht den Leonid gesehen. Mit dem habe ich da an dem Leitfaden gearbeitet. Der hat mittlerweile so eine Plattform gebaut, die Peerfinder heißt. Das ist so die Idee, wenn man was Neues lernt. Das ist so ähnlich wie beim Lauftraining. Tut man sich vielleicht leicht, das mit anderen gemeinsam zu machen. Und da kann man quasi so Angebote, Gesuche für so Lerngruppen machen, um sich gemeinsam ein Thema zu erschließen. Also wie so ein verteiltes Coder-Dojo kann man sich das vorstellen. Und da sieht man hier sogar, ist mir noch gar nicht aufgefallen, bisher in dem Screenshot Podcasting zu Podcasting gemeinsam lernen. Also da könnt ihr auch gucken, dass ihr euch in Gruppen zusammenfindet und da eben euren Podcast startet. Oder ihr kommt hier am RC3 einfach ins Sendezentrum. Da gibt es einen Haufen Leute. Lagerfeuer ist da die Hauptanlaufstelle, die ihr da auch fragen könnt. Die Links sind noch drin in der Präsentation. Ich packe gleich auch den Link zur Präsentation in Chat. Dann könnt ihr die durchklicken, wenn ihr wollt. Und gebe euch noch die Info. Wie gesagt, ihr könnt jetzt eure Fragen über den Chat stellen, ihr C-Chat. Oder die Telefoneinwahl. Da würde ich die Regie bitten, das einmal im Stream kurz einzublenden. Die Kurzweil deckt ist 7883. Und noch ein kleiner Veranstaltungshinweis für morgen. Um 15 Uhr gibt es im Sendezentrum im Workshop-Raum so eine kleine Feedback-Session, wo ich einfach sammeln würde, wenn ihr jetzt mal da reingeguckt habt oder Ideen oder Fragen für den Leitfaden habt, wo ich das einfach in so einem Pad mal alles zusammenschreiben würde und als Aufgabenvorrat für die weitere Entwicklung. Oder wer Lust hat, mitzuarbeiten, kann da auch aufschlagen. Also morgen Tag 3, 15 bis 15 Uhr 45 im Sendezentrum. Ja, damit bin ich am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Und jetzt feuerfrei für Fragen, Kommentare, Hinweise. 13 Minuten haben wir noch Zeit. Also momentan habe ich noch keinen Anrufer in der Leitung und sehe auch noch keine Fragen im Chat. Ja, das geht mir ähnlich. Online ist ja immer so, wir müssen mal ein bisschen warten. Vielleicht haben wir aber auch umfassend alles bearbeitet oder erklärt. Na schön, dann würde ich sagen, gehe ich mal davon aus. Die Fragen sind soweit beantwortet. Wie gesagt, ich bin bis zum 30. auch noch da, fährt der Tag. Sprecht mich einfach an. Ich bin S. Dückert in der Welt und im Sendezentrum. Und wer Lust hat, kommt morgen 15 Uhr dazu. Genau, keine Frage. Herzliches Dankeschön. Das freut mich. Danke, Toastbotschafter. Sehr interessant. Vielen Dank. Flug die Puddel. Sehr schön. Alles klar. Ich lasse den Chat auch noch einen Moment offen. Wenn da noch Fragen kommen, dann werde ich dort einfach darauf antworten. Aber ich denke, den Stream können wir dann zumachen. Und die Regie kann sich dann schon auf den nächsten Talk vorbereiten, der um 14 Uhr jetzt direkt ist. Macht's gut. Ciao. Fotos kommt zum nächsten salen. Mog買. 饿 Hé. Joeypara fum cheeks. Vienna Tribe своих Pf pong. Waffe긴. Komm所有 фense degenerat. We're vers. Ja. Mannschaft. Precis. Ja. Refloor.